In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie in Ihrer Synology Diskstation das Programm Surveillance Station installieren können und dort eine Insta-IP-Kamera hinzufügen können. Als ersten Schritt öffnen Sie einmal Ihre Synology, dazu tragen Sie hier oben die IP-Adresse Ihrer Synology ein und drücken dann entsprechend Enter und wenn Sie sich an Ihrer Synology angemeldet haben, dann sollten Sie jetzt hier ein ähnliches oder gleiches Fenster sehen und hier gehen Sie anschließend hier entsprechend auf dieses Paketzentrum bzw. können Sie auch hier oben drüber darauf gehen, hier finden Sie dann dieses Paketzentrum, klicken Sie einmal da drauf und hier können Sie jetzt die Surveillance Station installieren. In unserem Fall ist sie schon installiert, ansonsten finden Sie dieses Programm hier unter dem Reiter Sicherheit und hier dann die Surveillance Station und die können Sie dann hierüber einfach installieren. Die Surveillance Station ist ein Programm, was IP-Kameras verwalten kann. Kostenlos können Sie insgesamt zwei Kameras dort hinzufügen bei der Synology und ansonsten brauchen Sie für jede weitere Kamera eine Lizenz. Also tun Sie sich dieses Programm einmal installieren und jetzt öffnen wir das Ganze einmal. Das können Sie jetzt hier oben über diesen Menüpunkt machen und dann hier einfach auf Surveillance Station draufklicken. Das eröffnet sich jetzt in einem neuen Tab und wir haben jetzt eine eigene Ansicht hier für die Surveillance Station und um jetzt eine IP-Kamera hinzuzufügen, gehen wir hier einmal auf den Punkt IP-Kamera und haben jetzt hier oben die Möglichkeit zu sagen hinzufügen. Hier gehen wir einmal drauf und sagen, okay, wir möchten jetzt eine Kamera hinzufügen und hier können Sie jetzt wählen zwischen schnellem Setup oder komplettes Setup. Wir gehen einfach einmal auf schnelles Setup, sagen jetzt hier weiter. Hier können wir jetzt der Kamera einen Namen vergeben in der Synology. Wir nennen es einfach mal Kameraeinfahrt und können jetzt entweder hier nach IP-Kamera suchen beziehungsweise wenn Sie die IP-Adresse Ihrer Kamera wissen, können Sie diese auch hier entsprechend eingeben beziehungsweise wenn Sie per DDNS auf die Kamera zugreifen, können Sie hier jetzt auch die DDNS-Adresse eingeben. Wir greifen in diesem Fall einmal lokal mit der IP-Adresse zu und unser Port in der Kamera ist standardmäßig 80. Sollten Sie ihn geändert haben, müssen Sie hier entsprechend den richtigen Port auswählen und hier geben Sie jetzt einfach mit der Tastatur Insta ein, dann haben wir hier schon Insta zur Auswahl und hier können wir jetzt das Kameramodell entsprechend auswählen, welches Synology integriert hat. In unserem Fall haben wir jetzt hier eine 6012, das Videoformat ist H264 und das Audioformat 711 und jetzt ist hier noch ganz wichtig, Benutzername, Passwort, Benutzername ist in unserem Fall gerade Admin und als Passwort haben wir standardmäßig Insta. Wenn Sie das natürlich geändert haben, was wir auf jeden Fall auch empfehlen, dann tun Sie hier das richtige Kennwort Ihrer Kamera eintragen. Das Ganze können wir jetzt einmal testen mit dem Verbindungstest und dann sollten wir hier oben rechts auch schon das Bild angezeigt bekommen der Kamera. Wir können jetzt hier auf Fertigstellen klicken und haben jetzt relativ einfach unsere Kamera hier schon hinzugefügt. Wie gesagt, Sie können kostenlos noch eine weitere Kamera hinzufügen bei der Synology und ab der dritten Kamera brauchen Sie dann eine Lizenz. Wir hoffen, das Video hat Ihnen gefallen. Sie finden sehr viele weitere Videos auch zur Synology bei uns im InstaTV YouTube Channel beziehungsweise finden Sie auch viele Anleitungen auf wiki.insta.de oder auf insta.de und dort im Bereich faq-wiki.